Dieser Kampf wird tatsächlich interessant werden. Ich freue mich auf den Kampf schon. Weil da etwas passieren wird, das mir sehr entgegenkommt. Ultimatives Jutsu und der Wache nicht einsetzbar. Gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte. Ich muss jetzt nur überlegen. Wie er sich bewegt. Kleine Schlange. Ich bin der Wache nicht. Ich bin der Wache nicht. Ich bin der Wache nicht. Geheil, Sasuke-Nahe! Geheil, Sasuke-Nahe! Geheil, Sasuke-Nahe! Geheil, Sasuke-Nahe! Genau das meinte ich mit gefallen, weil diese Stelle in dem Kampf gefällt mir einfach so gut. So, okay. Okay, wir müssen gleich durchlesen. sie gleich Blöde Mistviecher Kasselschlangen Mach die nicht Weg Wo ist mein Cursor? Das mit den Schlangen ist eben ein bisschen Moin Ah verdammt Das ist eben etwas nervig Weil du kannst eben Eben nicht andauernd angreifen Wäre natürlich auch sonst zu einfach Weil der Kampf auch zu schnell vorbei Weg da Aus Fui Weg Was ist es? Was ist das? Nein. Gut schon. Du gießt mir auf den Keks mit deinen blöden Schlangenviechern. Äh. Äh. Nein, 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 nein. Es fehlt doch nicht mehr viel. Scheiße. Äh. 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 Man kann's auch übertreiben, man kann's auch übertreiben, das ist ein... Alter! Ich muss die ganze Schlange her! Das war's für heute. Ah, shit! Ich hab gedacht, ich hab die Taste gedrückt. Das war's für heute. 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 gut gefallen Huff, huff, huff How about this now? Unfortunately The game's here Huff, huff, huff I'm not worried, I'm not worried I'm not worried, I'm not worried I'm not worried about Sasuke's Hahahaha Oh, diese Chakra ist... Das ist doch... Es hat sich ein Problem gemacht. Was? Wenn Sie kurz mit Orochimaru sprechen, ...kabuto! Sakura, die Kabuto ist später. Ich werde jetzt nach dem Namen von Naruto. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Schwerpunkt der Schwerpunkt. Ich bin jetzt schon fertig. Naruto ist der Weg, oder? Naruto ist der Weg, oder? Ich muss nicht befreien. das nicht kontrollieren. Das heißt, es wird jetzt etwas gefährlich werden für uns. Da Naruto jetzt alles und jeden angreift. Der ihm zu nahe kommt. Was? Was? Sai, da ist nicht. Da auch noch. Sai, du hast endlich geflogen. Aber jetzt ist es nicht das. Oh, das ist... Was ist ein Naruto? Ich denke, es ist die Wahrscheinlichkeit. Ich denke, es ist die Wahrscheinlichkeit. Ich denke, es ist die Wahrscheinlichkeit. Aber... Naruto ist... Es ist okay. Ich bin für diese Zeit. Was? Ich kann Naruto auswählen. Yamato-Dai-Chau? Auf jeden Fall... Ich kann Naruto auswählen. Ah, ja. Ich hab's mir besser gefallen. Ich bin jetzt lieber Naruto als Yamato. Okay. Okay, okay, okay. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt an. Aber so schwer ist das eigentlich noch gar nicht. Naruto hier wieder... zur Vernunft zu bringen. Nein! Aus! Pfui! Shit, 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 shit! Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was... Yamato alles machen kann. Oh, ich hab den so gut wie überhaupt nie gespielt. Au. Gott. Ah! Oh, ich hab den so gut gemacht. Oh, mein Gott. Komm jetzt her hier. Du bist nämlich ein ganz, 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 ganz böser Naruto. Das war doch etwas sehr knapp. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das jetzt doch so knapp wird. Das war doch so knapp. Das war's für heute. Was war das? Als ich war ein Experimenter der Orochimaru. Ich habe das erste Teil der ZD-Scheid. Der ZD-Scheid hat die ZD-Scheid? Der ZD-Scheid hat die ZD-Scheid. Der ZD-Scheid hat die ZD-Scheid. Ich habe das erste Teil der ZD-Scheid. Ich habe das erste Teil der Nahrung. Ich habe das erste Teil der ZD-Scheid. Ich habe das erste Teil der ZD-Scheid. Ich habe das erste Teil der ZD-Scheid. Du kannst du jetzt wieder wissen. Ich werde das nächste Teil des ZD-Scheid. Ich habe das auch schon richtig gesehen. Ich bin. Ich bin mir egal, was ich nicht. Es war sehr viel Spaß. Wie soll ich das jetzt? Ich werde mal wieder zurück in Asit. Hm? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.